Die siebte Übung, Körperübung in den Online-Exerzitien, lautet Rudern auf einem einsamen See. Beim Markus-Evangelium heißt es, Jesus stieg in das Boot und fuhr über den See. In unserer Grundhaltung mit aufrichtetem Oberkörper richten wir den Blick nach vorne. Die Hände sinken seitlich hinter dem Körper. Einatmend strecken wir die Beine und strecken die Arme und schreiben eine Kreisbewegung nach hinten über seitlich außen nach oben, so dass am Ende die Handflächen nach vorne zeigen. Ausatmend lockern wir die Knie, lassen die Hände sinken und führen sie bis zum Anschlag nach hinten. Die Arme bleiben beim Ausatmen gerade jedoch gelockert. Die Schultern sind entspannt. Wir rudern über einen ruhigen See. In Ruhe, Gelassenheit und Vertrauen. Einatmend, nach oben, gestreckt. Ausatmend, locker in die Knie, sinken die Hände nach unten. Jesus stieg in das Boot und fuhr über den See. Rudern auf einem ruhigen See. Sprach an der Rathbunsch courte ab,ordet es auf leise. Einatmend, wir dürfen neu jetzt Actuellement auf Hände nach unten. Leisei, stieg in der finalement der conflictd面, wenn die Stammel an囉, an dass hier stattdessen sind, die apprehende Zeit um sich zurückbleben dafür können. Vielen Dank. Und wir beenden die Übung nach dem letzten Ausatmen und spüren nach.